Bundesverkehrs- und Digitalminister Volker Wissing hat ein neues Förderprogramm auf den Weg gebracht. Ab Ende September geht es los und es gibt bis zu 10.200 Euro für Photovoltaikanlage, Wallbox und Speicher. Die Idee des Verkehrsministeriums ist es, die private Infrastruktur fürs Elektroautoladen zu fördern. Deshalb ist das neue Förderprogramm daran geknüpft, dass man bereits ein Elektroauto besitzt oder ein Elektroauto verbindlich bestellt hat. Wie komme ich jetzt an meine 10.000 Euro Förderung? Zunächst brauche ich ein Elektroauto und ich muss nachweisen, dass ich das entweder schon habe oder gerade bestellt habe. Ab Ende September, ab dem 26.09. gibt es auf der Website der KfW ein neues Förderprogramm. Da kann ich mich einmelden und ich kann die Förderung beantragen. Nachdem die Förderung bewilligt ist, darf ich mit dem Bau der Anlage beginnen, also einen Installateur beauftragen, mir diese Anlage aufs Dach zu bauen. Ich muss mindestens eine Photovoltaikanlage mit 5 Kilowatt Spitzenleistung auf mein Dach installieren. Ich muss mindestens einen Akku mit 5 Kilowattstunden Kapazität in den Keller stellen und ich muss eine Wallbox dazu kaufen. Dann bekomme ich den vollen Fördersatz. 9.600 Euro bekomme ich, wenn ich eine normale Wallbox installiere. Die 10.200 Euro bekomme ich, wenn die Wallbox auch in der Lage ist, bidirektionales Laden zu unterstützen. Also wenn in Zukunft mein Auto auch Strom ins Hausnetz zurückgeben kann. Die Förderung hat auch ein paar paradoxe Nebeneffekte. Wenn ich zum Beispiel schon eine Anlage habe oder einen Speicher habe oder eine Wallbox habe, dann kann ich das trotzdem erweitern. Ich muss allerdings mindestens 5 Kilowatt Spitzenleistung dazubauen und mindestens 5 Kilowattstunden Akku dazubauen. Wenn ich also schon eine kleine Anlage habe, mag es im Einzelfall ein Szenario geben, in dem noch Platz auf dem Dach ist, in dem ich die Förderung trotzdem bekommen kann. Richtig paradox wird es bei der Wallbox, denn damit ich die Förderung kriege, muss ich immer alles 3 kaufen. Speicher, Solaranlage und die Wallbox. Habe ich jetzt an meiner Garage schon eine Wallbox hängen und ich möchte die Förderung haben, dann bleibt mir nichts anderes übrig und die KfW-Förderbedingungen schreiben das auch genauso, als eine zweite Wallbox daneben zu hängen. Die gute Nachricht für selber Bauer ist, dass die Förderbedingungen nicht genau regeln, dass 100% von einem Handwerker ausgeführt werden. Wenn man also mit seinem Elektriker abspricht, dass man Teile in Eigenleistung erbringt, zum Beispiel die Module selbst aufs Dach legt, ist das laut Förderbedingungen erstmal kein Problem. Am Ende muss die Anlage vom Elektriker beim Netzbetreiber angemeldet werden, sie muss ins Marktstammdatenregister eingetragen werden, wie jede andere Photovoltaikanlage auch. Dieser Schritt ist alternativlos, dafür brauche ich einen Elektriker. Für viele Teile Kabel verlegen und Module aufs Dach legen brauche ich nicht unbedingt einen Handwerker. Bis zum 26. September, dort beginnt die Möglichkeit Anträge zu stellen, gibt es vielleicht noch ein paar Änderungen, ein paar Ergänzungen. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen. Alle Details lest ihr auf heise online.